So, let's go, gentlemen, let's come here zurück to the binding of Isaac und keine langen Reden, wir fangen sofort an. Mal wieder, hundertmal, zum hundertstentausendsten Mal mit einem gefühlten Gewinnchancen von null. Aber, uh, immerhin, schau mal, damage up. Ich würde sagen, das ist, mei, es ist gut. Mehr Schaden bedeutet eigentlich immer mehr Stress, ne? Oh, ist okay. Wie, 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 ich will, ich sag mal, ein Künstler daneben schießen. Ehrlich, ehrlich. Aber ist okay. Jawohl. So, dankeschön. Wow, abgefahren. Das war ein richtig schwieriges Level. Wow, das war sehr gut, es wird immer besser. Ey, der spuckt auf mich, was das Zeug hält. Los, los, kotz, 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 oder, das ist ja nicht, was du machst. Oh, oh ja, sehr gut. Hey. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Hm. Basement 2. Oh, 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 oh. Wir haben hier einen etwas wütenden Kollegen, aber stört mir nicht, stört mir nicht. Gottes Willen. Gottes Willen, stört mich doch nicht. Dankeschön. Echte? Ah, das ist ein, ah, das war ein, äh, ein weißerer Kollege. Gar nicht mitgekriegt. So, dankeschön. Aha. PoisonTouch. Uh. Das ist natürlich, ah, wenn es das ist, was ich denke. Oh, 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 oh. Ist es das, was ich denke, oder denke ich nur? Doof. Ja, ich weiß halt einfach nicht, ne? Hm. Gehen wir jetzt da gleich rein, oder, äh, oder, oder? Ah, ne, komm. Wir gehen da gleich rein. Au. Er hier schon wieder. Hm. Sichtlich beeindruckt. Na, haha. Na, ja. Scheint hier nicht so, nicht so, ähm, na, ja, wie soll ich sagen, er hat nicht so die Lust wegzulaufen, ne? Aber, ist okay. Boah, ist vollkommen okay. Cube of Meat. Ho, ho. Oh. Uh. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich könnte Leben opfern, damit ich, hm, hm, damit ich meinen komischen, ne, ne, danke. Oder? Ach, scheiße. Okay. Na, na, das ist, ist okay. Ist okay. Ich denke mal, das ist, ich, ach, es sollte eigentlich wert sein. Oh, scheiße. Oh, shit. Okay, 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 okay. Geh weg. Stirb, stirb, stirb. Jawohl. Du sollst nicht die Blutspur nachlecken, du Sack. Na, danke. Sehr gut, sehr gut. Ah, wunderbar. Ich, vielleicht war das doch keine Summeteidee mit mir. Ich weiß es nicht. Na, ich weiß es nicht. Ich, schwierig, schwierig, sehr schwierig. Schwierig einzuschätzen, die Situation. Weil an sich natürlich die, das Teil, weil wir haben doppelte Feuerkraft. Wir haben wirklich doppelte Feuerkraft und doppelte Feuerkraft. Ah, ich. Okay, okay. Oh, sehr cool. Ah, ja. Ja, ist okay. Ja, jetzt. Mein halt nicht. Mein gut. Ja, okay, gut. Dann müssen wir uns jetzt hier entstellen. Hilft nix. Uh. Nett. Verdammt, ich glaube, ich muss echt irgendwann mal diese Pille nehmen. Eigentlich. Eigentlich. Ja, sehr gut. Sehr gut, ne? Das war doch easy. Oh, scheiße. Oh, oh, nein. Oh, nein. Ah, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja. 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 Ich hab zwei Herzen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Damit. Okay. Oh, oh. Sehr gut. Ehrlich? Ehrlich? Oh, nein. Oh, nein. Wow. Wow. Das war schon wieder so gut. Sehr gut. Nett. Oh, nee. Och. Sehr gut. Tö. Oh, ja. Er tut sich halt tatsächlich einfach mal so unglaublich. Sehr gut. Wahnsinn. Ich hab jetzt hier 100 Milliarden Schlüssel, die ich halt einfach jetzt nicht brauche. Beim letzten Mal hab ich sie gebraucht, aber jetzt, jetzt kann ich drauf kacken. Um ehrlich zu sein. Oh, oh, nein. Hey, mit einem Herzen. Oh, je. Oh, nee. Und dann hat die Rotko Vision. Eins und sich. Wär genug, wer. Hä? Was? Hä? Okay. Cool. Ja. 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 Ja, okay. Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Ach, du. Große. Güte. Das war so übertrieben schon wieder. So übertrieben. Dieses. Okay. Stirb, stirb. Ja, sehr schön. Ach. Hä? Ist das eigentlich hier so ein Troll? Das ist doch ein Troll. Ach, du. Okay, was zum Teufel ist das? Die hab ich auch noch nie gesehen. Die hab ich auch nie gesehen. Ja, gut. Was soll's? Was soll schon passieren? Ehrlich? Was soll schon passieren? Die wird hier ziemlich genudelt. Oh, mein G... Uh. Oh, okay. Und Bomben. Hä? Und Bomben. Oh, nein. Oh, Gott. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Jungs. Oh, ja. Oh, ja. Oh, mein Gott. Okay, ein Herz. Was soll schon passieren? Oh, der Husk. Oh, der geht. Der geht. Oder? Der geht doch. Oh, mein Gott. Den hab ich auch schon wieder nicht so in Erinnerung. Nein, niemals in so in Erinnerung gehabt. Niemals in so in Erinnerung gehabt. Oh, mein Gott. 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 Das ist gut. Okay, wunderbar. Was soll ich noch sagen? Was soll ich sagen? Ach du meine Güte, ach du meine Güte. Oh Gott, oh Gott. Ah, ich muss wieder weinen. Ah, ich muss weinen. Alles okay, alles okay. Also, eigentlich geht's mir gut, oder? Eigentlich geht's mir gut, oder? Ich hab, ich hab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, nein. Ich find sowas echt, ich find sowas echt dreist. Dreist, dreist hoch zehn, dreist hoch zehn. Ne, komm. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein, nein. Okay, okay, okay. Oh. Was macht denn der? Schießt der irgendwas auf mich? Ich steh nicht. Ich steh nicht. Ah, meine Fliege, meine Fliege. Oh. Okay. Oh nein, nein, nein. Ne, es ist echt dreist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab jetzt gar nicht geguckt. Ach, ich hab gar nicht geguckt. Oh scheiße, ich hab gar nicht geguckt, wie viel ich mich hatte. Ehrlich? Scheiße. Was auch immer du bist. Du bist easy. Danke. Scheiße. Überhaupt nicht geguckt. Überhaupt nicht geguckt. Tja, ist es mir das wert? Nein. Gut. Aber gut zu wissen, dass da schon mal der Boss ist. Kann die, kann die schaden. Kann die schaden. Kann die schaden. Komm jetzt. Nervt mich nicht. Cancer. Oh. Ach, Krebs. Krebs. Ehrlich, Krebs. Muss das sein? Krebs. Ehrlich. Ah, shit. Stirb. So. Hilft nix. Ja, das war wichtig. Ah, ich wusste, dass sowas kommt. Space to use. Will ich's wissen. Oder? Naja, kann sich eigentlich, kann eigentlich nie schaden, ne? Wow. Abge... Oh, 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 oh. Oh, Troll. 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 Hahaha. Gut, dann können wir's halt nicht machen, ne? Geht halt nicht. Dann gibt's halt heute keinen Nickel. Nö? Pin. Alles klar. Sehr gut. Oh, okay. Ah, verstanden. Ehrlich? Weiß ich das eigentlich mit Absicht? Ich weiß es nicht. Speed up! Hey, ich bin schneller. Oh, oh. Ja, ne? War alsgleichen relativ... Oh, 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 oh. Mein Gott, du kleines Dreistes. So. Okay. Ah! Uh! Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's tatsächlich noch geschafft. Und ich bin hier... Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab... Ich hab' mir jetzt vergessen. Ne, ne. Bei aller Liebe. Ich hab' mein Herz vergessen. Und er brennt. Er... Die brennen. Was? 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 Die brennen? Okay. Was zum Teufel? Was? Zum Teufel. Ne, ist okay. Ist okay. Ist okay. Absolut okay. Was ist eigentlich los? Was ist eigentlich... Oh Gott. Er springt nur? Kann er nur springen? Oh, er kann echt nur springen. Nein. 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 Nein, 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 nein. Shh. Komm schon. Na, na, na. Na. Lass mich in Ruhe, okay? Oh mein Gott. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich hab' ein verdammt halbes Leben. Oh mein Gott. Ein halbes Leben. Oh, super. Wahnsinn. Piercing Shots. Nice. Das ist Wahnsinn. Oh Gott. Nein, 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 nein. Pack ich auch nicht. Pack ich auch nicht. Alles kein Problem. Vor allem das grüne Viech, das gibt mir einen Schaden. Ah, sehr gut. So. Raus. Raus. Ich mein raus hier. Ah, ich bin echt raus hier. Okay. Okay. Kann nicht. Es kann nicht schlimmer werden. Ja, ja, genau. Hier ist einfach mal eine goldene Kiste, die ich auch machen kann. Ach du. Meine Güte. Oh. Ne. 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 Ich hab hier eineinhalb Leben. Was denn los? Scheiß mich da ganz so ein. Tis, tis, tis. So. Wunderbar. Seht ihr, wie das geht? Easy. Oh nein, nein, nein. Ja, ja. Genau. Verbrennt euch. Verbrennt euch. Ja. Ehrlich, ehrlich. Bist du so doof oder tust du so? Ja, war cool, oder? Ja. Es ist wichtig, dass ich da mal in diese Scheiß Feuer reinlaube. Ja, jetzt kommt. Danke. Was will ich mit so viel Bomben? Was will ich mit so viel Bomben? Ehrlich, ehrlich. Ehrlich. Ja, cool. Was hab ich jetzt aufgemacht? Was hab ich jetzt aufgemacht? Ich möchte gern wissen, was ich jetzt aufgemacht hab. Hallo. Was? Hab ich grad aufgemacht? Oh, jetzt muss ich nur mal dieses ganze Teil ablaufen. Weil irgendwas hat sich geöffnet. Irgendwas hat sich geöffnet. Und ich hab auch keinen Schlüssel da oben. Hat es das geöffnet? Nein. Oh, ich verstehe. Oder verstehe ich? Verstehe ich? Nein, ich verstehe. Ich verstehe, oder? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh, ich habe mit dem goldenen Schlüssel unbegrenzte Schlüssel. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und ich hab nicht Geld, um mir das da umzukaufen. Das ist auch Wahnsinn. Ach, der... Oh. Hehehehe. Hehehehe. Ja, ja. Wichtig. 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 Noch. Er ist wichtig, ja. Ganz ehrlich. Wichtig. Wichtig. Ja, gut. Gutes Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aber jetzt weiß ich wenigstens auch immerhin, was dieser dämliche goldene Schlüssel mir macht. Und ich hatte eh Krebs, also von daher... Naja. Ach Gott, ne. Also ich glaube, ich bin jetzt hier noch ein bisschen weiter entfernt von der Mom. Aber mal gucken. Vielleicht wird es ja noch irgendwann was. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Bei The Binding of Isaac. Und mein Name ist Ben. Und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi.